Jetzt geht's los. So, ey. Warte, warum so er controlled? Oh, das wird man direkt nachgemacht, Digger. Ich hab gesagt... Das wird direkt nachgemacht. Oh mein Gott. Ja, das war klar, Bro. Oh mein Gott, Digger. Geil, 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 geil. Ey, was ist das denn? Ey, ich bin noch nicht warm. Ich bin noch nicht warm. So drin. Ich sag ehrlich, ich werde jetzt auch nicht mehr als erstes machen, weil ihr nutzt mich immer aus. Hä, warum? Ihr nutzt mich aus, ich werde nicht mehr als erstes machen. Nein, nein. Oh, nein. Bro, André ist halt wieder on... Alter. Oh, das kann nicht sein. Ich bin so gut, Mann. Ich bin auch... Nein. Bro. André, André. Ja, stark. Nein. Ey, warum bin ich gerade so schlecht? Das gibt's nicht. Oh, Stani aber auch André. Easy, easy, easy. Ja, Hauptsache ich bin... Ey, ich bin letzter. Sag dir ehrlich, mein Ziel ist heute auf jeden Fall, vor MBK zu sein. Nein! Bro, das, was ich mache, da wirst du auch vor mir sein. Was mache ich denn? Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren. Ach nein. Und es? So, nein. Oh, danke, Stani. Einfach aus. Nein, was hast du denn gemacht? Ah, Bro, bitte rede nicht drüber. Stark, stark. Ja, okay. Also... Ja, ja, nicht mehr... Ah, doch, ich bin immer noch nützter. Wir haben acht, André hat drei, Bro. André macht alles Hole-in-One, der Eklige. Junge, 60 FPS recommended. Ich bin nicht eher... Ja, okay. Ich hab Cheats an. Ich sag's einfach. Ey, er macht wieder Hole-in-One. Ah, jetzt weiß ich, warum ich die Map aus. Ich bin vor MBK wieder. Ich hab auch Hole-in-One. Ich hatte die Map rausgewählt, weil Stani mal rumgeweint hat, das ist doch nur Tutorial-Map. Deswegen ist auch jetzt gerade kein Skill, finde ich. Was laberst du Tutorial-Map? Oha, wie cool. Nein! Ja! Bro. Wichtig, wichtig, wichtig. Wichtig und richtig. Ja! Ja! Ja, 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 ja. Ja. Oh, André, danke dir. Warte mal, sind wir irgendwie Zwillinge oder so? Wir haben genau gleich alles gehört. Ich weiß es auch nicht. Okay. Stark, Jungs. Okay. Alter, André, willst du mich ver... War eben ein Ausrutscher, jetzt bin ich wieder dabei. André hat sich gerade geblockt. Also, guck mal, ich würde auch gegen André vorgehen, zu zweit. Ja, ja, Feuer gegen mich. Ich gebe ihn trotzdem. Guck mal, Stani, Bro, was machst du da? Oh, mein Gott, gerade noch gefreut. Ah, ich bin voll Stani! Oh, mein Gott! Ich bin voll Stani, Bro! Hey, Bro, mach dir bloß keinen Druck, ne? Mach dir keinen Druck, Stani. Jetzt schaffst du es. Easy. Wenn ein bisschen Schmack ist... Oh, easy, 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 easy. Ja, Jungs, es waren viele gerade, aber... Easy in sieben. Easy in sieben. Bro, André macht heute... Nein, nein, nein. Ja, ich habe so Linien auf meinem Bildschirm gezeichnet. Ich weiß nicht mal, wo ich hinhauen muss. Bro, Stani, wusstest du, dass er mit dem Geo-Dreieck spielt? Ja, habe ich... Nein! Bitte. Ja, okay, ein Drei. Okay, ich glaube, André wird heute der Endgegner, Leute. Na, noch ein Sieben, 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 Löcher von 50. Ich glaube, Stani trollt jetzt aber ein bisschen. Nein, Bro, ich schicke es... Ich glaube, du wirst es gerade ein bisschen Vorsprung lassen, weil du gleich auffährst. Bro, irgendwie diese komischen Gefühlsdinger kann ich nicht so. Ja, kenne ich aber. Oh, hole in one. Oh, mein Gott, hole in one. Und André ganz wichtig. André, André ist schlecht. Schwierige Situation, aber kurz geregelt, alles cool. Ich hoffe, die wird noch schwerer. Jetzt gerade ist er echt nicht so schwer. Ja, die ist entspannt. Ja. Ey, Bro. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, Bro. Der hole in one. André, du hast gar nicht so viel Unterschied, ne? Nee, das kann man noch aufholen. Bro, ich habe tausend Löcher getroffen, habe ich gerade einen Erfolg bekommen. Das ist crazy. Das ist heftig. Das ist echt krass. Bro, da merkt man, was ihr für Schwitzer seid. Ohne Spaß. Bei über 70 Prozent der Videos warst du dabei, Stani. Da kannst du nicht... Das haben wir es, du dumm Schüler. Na klar, Bro. Mit Procs aufgenommen haben. Das war... Ey, Bro. Manchmal schlägt der bei mir so doll. Warum? Und dann haut man genau gleich und er schlägt dann wieder langsam. Das kenne ich. Bro, ich habe gerade sieben Mal denselben Schlag gemacht, ne? Bro! Achtmal, meinst du? So, drinnen. Nein. Neunmal, meinst du? Nein, Bro. Oh, lass dich gar nicht unterkriegen, MBK. Jetzt bist du auf dem Letz. Du bist gut auf dem Weg. Ah, schade. So, du bist gut auf dem Weg, Bro. Fünf Unterschiede noch. Also... Okay. Oh, ich bin sehr gut auf dem Weg. Äh, er hat woanders reingehauen. Ich habe ein Holy One bekommen. Äh, er hat jetzt einen anderen noch reingehauen, wo er gar nicht hin muss. Bro. Ja. MBK ist raus. Okay. Ja, du musst mich ein bisschen konzentrieren. Ah, drei. Alles gut. Immer noch drei Unterschiede. Bro, Stani, freu dich nicht. Okay. Äh, okay. Ich verträum, Stani. Ich verträum, wenn ich du wäre. Ey, danke, Bro. Bro, was? Also, ich habe ja... Was? Als Bestrafung, als Bestrafung, Bro. Dass er so mal ein extra Stroke bekommt. Ey, Bro, wie ging das denn? Also, ich sage dir, André hat irgendein Magnet an. Ich sage ehrlich, mach den Magneten aus, André. Ich glaube, er hat goldfit.exe an. Goldfit.exe gesagt. Super, Dad. Bro, entweder du machst den Magnet aus, es knallt. Hole in one. Ganz wichtig. Das hatte was mit Skill zu tun. Das ist aber auch das erste noch, was mit Skill zu tun hatte. Schade. Weißt du noch, für zwei Minuten, du meinst, es ist noch gar nicht so viel Unterschied. Jetzt hast du doppelt so viel Schläge. Wie wer? Wie ich, Dina. Wie Stani. Ich nicht. Ich doch nicht. Hä? Stani hat verzweifelt wieder. Das ist so ein Gefühlsding. Das kann man nicht. Bro, ist das ein Gefühlsding? Warum macht er mal mit Gefühl, Bro? Bisschen mit... Ganz entspannt. Ja. Ja, aber das war jetzt zu entspannt, Bro. Ja, nein. Ja, schnell hin. Nein, nein, nein. Jetzt tut also, jetzt könnte er mit jemandem reden. Ja, jetzt tut er mit jemandem reden, wenn er hat weggekommen. Bro, das ist dieses Ding, was ich vorhin auch in dieses Loch reingehaut habe, Dings bekommen. Was? Oh mein Gott, Bro. Ey. Ja, okay. Okay, was machen wir jetzt? Okay, let's go. Ey, wie soll das gehen, Bro? Wie soll das gehen? Ja, let's go in zwei. Ey, ich stelle den Troll doch nicht, Bro. Halt du deine Klappe, Bro. Nein, trollst du wirklich? Er will, dass du auf 20 Minuten kommst, Digga. Das ist lieb gemeint. Das ist ehrlich nicht gemeint. Also, das ist doch fast das Dreifache von Andreas. Ey, okay, das. Ey, das erste Loch, wo man ein Skill braucht, Digga. Ja, 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 ja. Okay, ich bin auch drin. In zwei. Oh, André, in drei. Ich hole auf. Ich hole auf. Ganz schwache Leistung, Bro. Hä? Ah. Yo. Wallride einfach. Let's go. Hole in one. Stark. Was? Hole in one, Bro. Alter, war das knapp. Hä, das war voll cool, das Loch. Ja, Mann. Aber ich hätte gedacht, das ist ein anderes. Vielleicht dachte ich, da muss man so runterkupeln. Äh. Oh, okay. Okay, Stani fährt an. Hole in one. Stani fährt auf. Äh, fährt auf jetzt. Stani fährt auf. Das war's. Jetzt dreh ich auf, Bro. Jetzt dreh ich auf, Bro. Der PC wurde jetzt einfach. Ich bin da ohne Controller. Ja. Ganz Zeit mit Controller gespielt, okay. Ja, okay. Stani! Bro, eine Fibre pro Latour, den Bär. Koch, Bro. Nein, 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 nein. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal jetzt, jetzt klemmt der da. Stani! Ich chill jetzt hier. Bro. Geh einfach rechts lagern. Du musst doch, André führt doch. André führt, nicht wir. Okay, sehr gut. Ja. Boah, clean. Ja, es war eigentlich ein Holy Moly, aber da hat Stani mich geblockt. Oh mein Gott, okay, ich check's, ich check's. Oh, falsche Seite. Nein. Ah, hier geh ich auch durch Strokes. Ja, ich auch. Okay, bin drin. Okay, nein, ich nicht. Oh, jetzt macht MBK. Bin drin. Bin. Okay, ich schwäche grad ein bisschen. Meine erste rote Zahl. Ja, du schwächst, Bro. Ich glaub, das war's mit dir, André. Der Stani fährt richtig auf, Junge. Ja, ja. Bro, ich will auf jeden Fall vor MBK sein. Bro. Ich sag so. Äh, ja, bin drin. Bro, das Ding ist, die sind zu einfach für mich. Oh, was laberst du, dumm Schwör. Schwere Dinge. Nein, die sind wirklich zu einfach. Alles ist mit Gefühlen und ich bin ein gefühlsloser Mensch. Ist so, bei mir auch. Ey, nein. André kuss, Bro. Kein Problem. André, du kleiner Esel, Bro. Wir wollen ja alle gewinnen. Man muss auch mal... Hier gibt es keine Verlierer. Wir haben Spaß. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Ey. Ey. Ey, Bro, das war'm. Ey. Ja, okay, bin drin. Das wäre so ein Gefühlsding. Ja, das ist wieder so ein... Oh mein Gott. Sogar mit Bouncer. Easy, Bro. Bisschen Fake Shot gemacht. Ja, mit Bouncer. Ein bisschen. Gar nicht mehr so weit, ne? Nein, wie viel Pech. Ja. In eins. Bro, wer das dich Hold on One schafft, ist... Müsste man über das Leben nochmal nachdenken. Scheint nicht, was man... Ja. Bro, halt doch mal deine Klappe, Mann. Das ist so ein Gefühlsding. Ich glaube, dass hier getrollt wird auf höchstem Niveau. Bro, man hat ein dumm gequatscht. Das läuft dann das Troll der Meister. In fünf. Bro. Okay. Ja, okay, ich sag gar nichts dazu, Stadis Gameplay. Okay. Ich sag gar nichts dazu. Ich sag gar nichts dazu. Wer das nicht Hold on One schafft, ist doof. MbK nicht mehr Hold on. MbK schon nicht mehr Hold on, Bro. Bro, Bro. Oh mein Gott. Lacher, Lacher. Lacher. Was ist so Lacher, Bro? Oh mein Gott, mit Gefühl, MbK. Mit Gefühl, Bro. MbK träumt. MbK träumt. MbK träumt so heftig, Bro. Fünf Dinger, Bro. Wie kann man da fünf Dinger brauchen? Ich wollte da nur, ich wollte es so, ich wollte es so machen. Ja, ich weiß nicht, also. Bro, André cheated, ne, glaube ich. Wirklich. Ich glaube wirklich, André hackt. Ich wollte es nur nicht erwähnen im Video, André, weil man kann dafür gebannt werden. Ich sag ja, ich habe ein Eddinger auf meinem Bildschirm geballt. Ja, jetzt hat Shani auch. Aber war skilllos, deswegen, also. Nein. Nein, Bro. Boah, das ist eklig. Bro, ich war eigentlich drin, ich war drin, ich war drin, ich war drin, Bro. Okay, mit drin. Hä? Boah, das ist echt schwer. Ja, ich glaube ich auch, ja, 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 ja. Ah, es ist, ich würde sagen, relativ easy. Aber ich sag ja zu dem Gameplan nichts mehr. Bro. Also. Ja. Oh, okay. Okay, war ein guter Try. Der ist es. Der perfekte Backblink für ihn wäre dieser Propellerkopf, sage ich dir ehrlich. Wirklich. Und dann müsste, ja, 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 ich sehe es, ich sehe es. Okay. Aber in 8 nicht schlecht. Also wirklich, ich fand, also, das fand ich echt nicht leicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro, wer das nicht Only One macht. Bro, das ist richtig eklig, so Zweigefühlsdinger. Oh, das ist echt eklig. Okay. Auf mich easy. Jetzt wird sich schon angestellt, dass ich bei Shani nichts Falsches sage, ansonsten streit da hier rum. Ja, ja, rast es gleich aus. Oh mein Gott, Bro, jetzt feih ich hier mal einen auf. Let's go, wer das nicht Only One macht. Let's go, wer das nicht Only One macht. Ja, der da, oh mein Gott. Oh, der war gut. Oh, der ist gut. Bro, Alter, klappen, Alter. Also, Bro, Golfit ist ein schweres Spiel, also. Ja, wirklich. Du musst so ein Gefühl dafür haben. Ja. Ich glaube, du musst ein bisschen da, ah, 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 ah. Bist du rechts oder links Händer standen? Das ist jetzt wichtig bei dem Loch. Weil wenn du rechts Händer bist, musst du links hauen. Guck, ja. Bro, das ist krass, ne? Das ist ehrlich gerade. Aber ich fand, das war mit das schwerste Loch bis jetzt. Das ist schon so ein Mental Breakdown Level. Bro, Hole in One, easy. Bro, ich auch. Also, wenn ich hier kein Hole in One macht, Andre, loslassen. Bro, was machst du da, Andre? Hä, was machst du da? Ich weiß das auch nicht. Mann. Bro, okay, farmt Löcher. Er farmt. Ja, er trollt, er trollt, er trollt. Er trollt. Oh mein Gott. André, vier Dinger hier schon. Okay, LBK, come back. LBK, come back. Stadion wird auch noch Zweiter, ich werde Erster. Okay, alles gut, alles gut. Schade. Schwierige Hase. Bro, die sechs Stück, ich kann mal so trollen. Das ist echt sad. Oh mein Gott. Hä? Hä? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hau einfach mir egal. Oh mein Gott. Wichtig. Reset? Ich fahr am Roten. Man muss in den Staubsauger rein. Nein. Bro, wie geht's das denn? Das ist uncool. Oh, Andre hat's, glaube ich, auch nicht. Bitte? Nein, hab ich nicht. Bro, hey, wie hab ich das gemacht? Hehehe. Skill, skill, ja. Steini auch drin, Andre hat's auch drin. Junge, was war das denn? Es zeichnet sich, Qualität zeichnet sich aus. Also, nicht viel nachdenken, einfach machen. So, nochmal hole in one. Bin am schwächeln. Ich hab meine Kraft aufgebrannt. Ah, jetzt komm ich weg, Bro. Jetzt komm ich weg, Bro. Ey, es ist halt wirklich noch alles drin. Es sind einfach noch 19 Löcher, ne? Okay. Ah, ne. Schade. Da hättest du den verdient eigentlich. Ah, MBK macht jetzt, guck mal, wie er jetzt rollt, Bro. Ja, ich mach den ganz entspannten, Bro. Aber, Stani, warum hast du Andre reingehauen? Hab ich doch gar nicht. Oh, da hau ich nicht. Bro, ich warte auch noch, bis Stani weg ist. Ich mach 3. Ich warte jetzt hier, Bro. Okay, der Trick hat nicht funktioniert. Junge. Bro, Stani, es ist doch alles nur gerade für Dings. Okay, Bro, wohin? Okay, Andre Trollt auch. Andre Trollt. Äh, man wird da resettet. Dann mach ich's halt so einfach. Oh mein Gott, ich mach's halt wirklich so. Es ist so traurig. In einem und Andre mit 5, Bro. Andre noch 6 Unterschied. Ich dachte, ich wäre intelligent. Noch 6 Unterschied, das ist so wichtig. Also, Bro. Jetzt, Jungs. Oh Gott. Guck mal, was ich jetzt mach, Bro. Oh nein. Guck mal, was ich jetzt mach. Stani mal eher. Boah, wäre das. Das war krass. Aber alles auch mit gefühlt. Ey, nur noch 3 Schläge Unterschied. Wirklich? Ja. Krass. Guck mal, Andre Ehre machen, weil er mit Absicht gewinnen lässt fürs Video. Sei Pflicht, Digga. Ey, ihr wisst, jeder 5 war ein Top, ne? Ja. Auf einmal. Nein. Nein. Ey, Bro, ihr habt mich abgelehnt. Ihr habt mich abgelehnt. Bro. Yes. Nein. 2 Schläge. Nein, 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 nein. Okay, der ist uncool. Der ist wirklich uncool. Ja, in 3. Ich bin noch vorne. Stani macht's einfach fast 1st try, Digga. Adi, 2. 3. 3. Guck mal jetzt, guck mal jetzt. Lernen. Guck jetzt. Andri hat nicht. Nein, 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 nein. Beide drin. Bro, ihr habt euch doch geboostet gegenseitig. Bro, wir wollten eigentlich lernen. Hand in Hand. Ja. Oh mein Gott. Oh mein, der war knapp. Oh mein Gott. Boah. Alter, für Style-Punkte würde ich sagen, hast du die ganze Runde gewonnen, Stani. Ja, safe. Vor allem mal mit dem Trickshow. Alter. Wie gut hast du gemacht? Ja. Ey, Bro. Also. Ich muss sagen. Oh mein, Bro. Ich bekomme ein bisschen, bei den Schlingen bekomme ich ein bisschen Respekt. Äh, ne, wie heißt es nochmal? Gänsehaut. Ja, Gänsehaut. Oha. Hä? Was? 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 Boah, was ist das denn jetzt? Äh, Jungs. Äh, hä, wie soll das gehen? Was? Oh. Oh. Ich hab's. Junge, wie schwer. Ich hab's. Bro, Stani, ey, Bro, Stani wird hier den installieren, ne? Ja. Wieso wollt ich grad Stani Spani nennen? Bro. Oh, ich hab echt keine Lust mehr, Digga. Ja, man muss halt doller, also. Ja, gut, gut, gut. Oh mein Gott. Clean? Ah, ich war clean. Noch alles drinne. Oh, was hab ich immer. Wie? Okay, tut mir leid, dass ich was... Hä? Sage. Alter. Ja, Emilia hat mich weggekriegt. Kleiner Esel, Bro. Kann ich doch nicht. Nein, nur noch zwei Schläge. Stark. Oh, oh. Digga, André, Mann. Oh Gott. Ich bin am schwächeln. Okay. Ah, es ist Hone in One. Ey, danke, Bro. Ey, Bro, alle in Hone in One reingemacht. Außerstand. Richtig. Achso. Aber er hat mich reingemacht, deswegen passt. Oh, warte, das ist hier mit Kurvenberechnung, ne? Nein! Boah, eklig. Ja, drin. Oh mein Gott, es ist Zeit. Es ist Zeit, Erster zu werden. Es ist Zeit, Erster zu werden, meine Damen und Herren. Das war's für mich. Oh, Erster! André, was machst du da? Ey, wenn André einfach hinter mir kommt, lache ich. Oh mein Gott. Ey, was? Sechschläge, du bist Zweiter? Was? Hä? Hä? Jungs, mein Monitor ist eingefroren. Ja, bei mir auch. Äh? Easy. Easy, easy. Okay, MBK, trollt grad? Nein. Okay. Voll ehrlich, nicht? Das ist der erste Platz. Bro, ich bin, ich bin, ich... Ich... Bro, weil du keinen Skill hast, das ist Skill-Level mal. Ja, guck hier, mein Skill, Bro. Einer sagt Erster Platz. André, echt Erster. Ja, Mann, willst du, chill doch mal, Jungs. Ich bin noch voll im Sommer, auf einmal kommt hier so eine... Da auch ich ganz sicher nicht. Oh. Oh mein Gott. Hey. Ich hab den Trickshot. Let's go. Boah, Junge. Weil ich einfach zu sehr Trickshot gemacht hab. Bro, guck mal, wo ich bin. Was? Hey, Bro. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Okay, er hätte gewonnen. Okay, stark. Stark, stark, stark. Bro, machen wir das mal nach. Also für Style-Punkte, ne, will ich minus einen geben. Ja. Hä? André, du dummes Schüler. Oh, let's go. Stunni! Das könnte so ein anderes Joksting werden, Jungs. Ne, ich warte kurz auf Stunni. Darf ich jetzt auch mal? Danke. Ja, ich bin drüben. Ich bin drüben, ich bin drüben. Wichtig. Oh. Oh, okay. Ja, gut. Wir sind... Also, von drei Schlägen der letzten Runde hat Stunni mich dreimal getrollt. Ne, das will ich noch ganz kurz sagen. Junge, was redest du? Du bist ein Troll. Hä? Oha. Ja, okay, Bro. Oha. Ja, okay. Bin drin. Nein. Okay. Jetzt kommt nur noch so Müll. Jetzt kommen nur noch Mülllöcher. Tut mir leid. Nur noch Skill-Löcher. Ne. Ja, okay. In fünf angehört sich ein Vorsprung. Jede Map macht ein, zwei weniger. Das ist belastend. Mann. Das ist echt belastend. Also, wenn ich dir da einen Tipp geben kann, kannst du da nicht mit Gefühl. Oh, mein. Okay. Der haut dich gleich. Pass auf. Bro, nein, hä? Ist er wirklich, ist er ehrlich mit dem Tipp? Also, meinst du, der hat immer aggressiv? Ja, Bro, das ist voll der gute Tipp. Wirklich, danke, danke, dass es dich gibt, Bro. Hä, Bro, wie viele Löcher hat die Map? 51 sogar. Boah. Wahrscheinlich ist es... Boah, clean ist hole in den Worn, Junge. Ja, ich auch, Bro. Tunis hat das, wenn ich es auch nicht sagen darf. Ey, warum? Das ist nicht mehr so cool jetzt. Jetzt ist es... Ja, du... Bro, das Ding ist, die Teilnahmeurkunde ist auch eine Urkunde. Also, es ist... Es ist ja nicht schlimm. Bro, ich hätte eine große Klappe, Bro. Bro, hä? Du fühlst dich cool, Bro, weil du den ganzen Tag Golf spielst. Boah. Ich spiele nicht ein bisschen Golf am Tag. Bro, du suchtest neben den Aufnahmen das Game, Bro. Okay. Jetzt werden die Lüge-Geschichten verbreitet. Hä? Bro, André, hast du schon mal die Map gespielt? Sag mal ehrlich. Ja, ich glaube schon, Bro. Nein, ich glaube erst mal wirklich, weil André macht der Hauptberuf, ich Golf ist. Hä? Hast du die Map schon mal gespielt? Hast du nicht auch einen Golf-Wit-Kanal, André? Ja, natürlich. Golf-Wit-With-André. Ey, nein! Ey, wie ehrenlos, obwohl das funktioniert. Ey, warte, das ist doch gut. Guck mal, Stani hat gerade zu mir hergehauen. Ja, warum bist du da nicht geradeaus reingegangen, Stani? Da war doch eine Bande. Bro, ich dumm bin. Okay. Hat niemand behauptet. Ja. Yo, holy wo-i-one-y-one. Wie, Bro, er guckt? Wie habe ich denn geguckt? Mit F, V. Hä, mit V? Ja, ich wusste, dass das hier oben ist, ne? Hm. Ey, das ist also... Ey, warten wir. You can change with R. Was? Hä? Keine... Ey, ich geh... Ich geh in WASD rein. Doch. Ah, wenn wir jetzt runterfallen, kriegen wir plus drei Strokes, ne? Nee. Doch. Doch. Na. Statt... Statt, guck mal, na. Ich habe gedacht, es ist übel schwer. Oha! Okay. Ey, ich finde... Bro, das ist doch kein Golf mehr. Nein. Checkpoint. Bro, das hat nichts mehr mit Golf zu tun, Alter. Das hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun, Bro. Nee, das ist Quatsch, Bro. Das ist quatschig. Ich finde schon, dass das was mit Golf zu tun hat. Ja. Bro, was hat das mit Golf zu tun? Hä, mit Golf? Hä? Bin drin. Ich bin auch drin. War es das? Was geht jetzt? Es geht weiter. Ich dachte, das war es schon. Wa... Okay. Okay. Bro, jetzt fahre ich hier Autorennen mit Golf, Alter. Ich drehe durch, Junge. Ohne Spaß. Bro... Was ist das? No! Let's go! Bro, Alter, bei dem einen musste man mehr Anschwung holen. Es tut mir leid. So. Hier muss man jetzt... Oh mein Gott, das ist MDK schlecht. Aber was bappelst du da hinten? Bro, ich bin vor dir im Ziel. Oh mein Gott. Hat der mich echt überholt? Bro, ich hab dich übrigens überholt. Ja, er hat dich überholt. Ja, krass. Wahrscheinlich bin ich ein großer Fan. Bro, in. Hold'em. Aber clean. Ja, jetzt haben wir wieder 30 Minuten. Jetzt haben wir uns so ein Nürburgring, Bro. Bro, ich würd sagen, Leute, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab nicht gewonnen. Hatte ich das doch gewonnen? Hä? Ich hab die ganze Zeit gewonnen. Okay, Arndt kriegt von den beiden 5 Euro. Steini fast mit der doppelten Punktzahl von uns. Halt deine Karte, Alter. Leute, liken, abonnieren. Ich könnte das jeden Tag, Alter. Glocke aktivieren. Wir sehen uns in unserem Video. Haut rein. Peace.